Du hast jetzt das Reporting und diese dimensionale Navigation erwähnt. Kannst du mal ein Beispiel geben, damit wir uns das besser vorstellen können, was das eigentlich bedeutet? Ja, genau. Also ich hatte ja eben schon erwähnt, dass zu OLAP eben nicht nur die besondere Struktur der Daten dazugehört mit bestimmten dimensionalen und Faktenstrukturen, sondern dass wir diese Strukturen dann tatsächlich auch benutzen können, um uns innerhalb der Auswertung eben dann tatsächlich auch durch die Daten durchzubewegen. Und das kennen viele von uns am ehesten eben aus den Pivot-Tabellen, die es in Excel gibt, mit denen tatsächlich schon relativ viel möglich ist. Aber wir können eben hier in einem Data Warehouse tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen und eben auch auf ganz andere Datenmengen und auch Darstellungsformen zurückgreifen, als das jetzt typischerweise in einer normalen Excel-Tabelle halt der Fall ist. Und was ich jetzt hier mal dargestellt habe, ist eine einfache Kreuztabelle, also Pivot-Tabelle, die einfach Kostendaten darstellen soll, die in einem Krankenhaus in verschiedenen Bereichen über die Zeit entstanden sind. Und wir sehen jetzt beispielsweise hier oben bei den Spaltenüberschriften eben die verschiedenen Jahre, die dort eingeflossen sind. Wir sehen in den Zeilenüberschriften eben die verschiedenen Geschäftsbereiche, die das Klinikum vielleicht gehabt hat. Und in den Kreuzungspunkten sehen wir als Kennzahl, also diese Tabellen sind eigentlich immer numerisch aufgebaut, dass ich zu den Dimensionen dann entsprechende Kennzahlen eben in aggregierter Form eben darstellen kann, sehe ich jetzt einfach die Kosten, die dort aufgetreten sind. Und wir können jetzt an der Stelle eben einen sogenannten Drill-Down machen. Das heißt, wir sehen jetzt hier ja sehr hoch aggregierte Daten, eben ganze Geschäftsbereiche gegen ganze Jahre. Und je nachdem, wo wir jetzt praktisch draufklicken würden in so einer Kreuztabelle, sehen wir eben dann eine Verfeinerung der Daten. Und das ist typischerweise eben beschrieben mit diesem Begriff des Drill-Downs, das heißt das Hineinbohren, das Detaillieren der Daten. Und das Detaillieren haben wir in dem Fall jetzt entlang der Zeitdimension gemacht. Typischerweise ist es so, dass wir uns damit dann eben auch für einen bestimmten Zeitraum dann eine bestimmte Ausprägung entscheiden und an genau der Stelle eben in die Tiefe gehen. Das heißt, 2012 wird jetzt ausgeblendet und wir sehen stattdessen jetzt praktisch die nächst tiefere Ebene unterhalb von 2011. Und das sind in dem Fall eben dann die vier Quartale, die wir innerhalb von 2011 haben. Und diese Summe, die wir jetzt eben hier gesehen haben für die Verwaltung von 65 Millionen, die wird jetzt hier entsprechend eben aufgeteilt und detailliert über die vier Quartale, die eben die Verwaltung in ihren Kosten in dem Jahr 2011 gehabt hat. Und das wird analog eben auch für die anderen Geschäftsbereiche so durchgezogen. Und das würde man eben als Drill-Down bezeichnen. So einen Drill-Down können wir aber auch auf einer anderen Achse noch zusätzlich machen. Das heißt, wenn wir jetzt die Krankenversorgung anklicken, dann kommen wir vielleicht jetzt in die verschiedenen Fachabteilungen eben der Krankenversorgung rein und sehen jetzt eben für diese Unterbereiche, die wir dort eben sehen, die Innere, die Chirurgie eben jetzt die Aufteilung praktisch genau dieser Zeile hier. Die anderen beiden Zeilen werden ausgeblendet, wie die sich eben auf diese Fachabteilungen in den vier Quartalen eben aufteilen. Das bezeichnet man dann auch als Slicing und Dicing. Also wenn ich jetzt hier praktisch auf so einer Achse durch so einen Datenwürfel durchgehe, dann ist das ja ein Slice aus dem Würfel. Also das heißt, ich betrachte jetzt eben ein gesamtes Jahr, aber eben das für alle Bereiche, die hier eben aufgeteilt sind. Während wenn ich jetzt hier zusätzlich noch in die Tiefe gehe, dann führe ich ja praktisch auf einer anderen Dimension einen Schnitt durch meinen Würfel durch. Und dann würde ich das eher so als Dicing, also einen Unterwürfel rausschneiden, praktisch bezeichnen. Und man kann natürlich auch auf zwei Achsen gleichzeitig in die Tiefe gehen. Also wenn ich jetzt nicht hier auf dem Rand klicke, sondern eben mitten in meiner Tabelle rein, dann vertieft er das sozusagen über beide Achsen. Und ich sehe jetzt beispielsweise eben aus dem zweiten Quartal 2011 dann die Einzelmonate, die in diesem Quartal drin sind. Und gleichzeitig ist eben hier die Chirurgie, weil die auf der Ebene lag, wo ich geklickt habe, entsprechend dann die einzelnen Kostenstellen, die ich vielleicht innerhalb der Chirurgie in diesem Quartal entsprechend gesehen habe. Gut, das Ganze muss natürlich dann aber auch in andere Richtungen gehen. Also was man beispielsweise dann auch machen kann, wir hatten ja bisher eben den Drill Down über verschiedene Achsen, auch kombinierte Achsen, ist, dass ich auch einen sogenannten Drill Through machen kann. Der Drill Through, der verbindet jetzt praktisch zwei verschiedene Berichte, also zwei verschiedene Datenwürfel oder zwei verschiedene Darstellungsformen, vielleicht auch des gleichen Datenwürfels. und erteilt sich aber die Filterkriterien eben mit dem anderen Bericht und eventuell eben auch die Aggregationstiefe oder auch die Aggregationsebenen. Und das heißt, dass ich jetzt hier beispielsweise eben, wenn ich verschiedene Kostenarten mir jetzt hier darstelle, eben beispielsweise eben die Personalkosten, dass ich dann eben jetzt hier auf einen anderen Bericht gehen kann, der jetzt eben nicht mehr nur die Kosten darstellt, sondern stattdessen eben die erfassten Zeitstunden, zum Beispiel aus der Zeiterfassung. Und das würde man dann eben als einen Drill Through bezeichnen, wo ich eben praktisch den Inhalt des Berichtes wechsle, aber die Filterkriterien, soweit sie identisch sind, eben beibehalte. Und dann als letztes Navigationsthema eben dann der sogenannte Roll Up. Das heißt, dass ich eben Dinge auch wieder verdichten kann, dass ich eben dann, indem ich jetzt beispielsweise auf die Summenzeile eines Berichtes klicke, eben jetzt aus dieser Einzeldarstellung einzelner Kostenstellen eben wieder rausgehen kann und auf die Fachabteilungsebene hochgehen kann, um jetzt dort eben beispielsweise, sehe ich ja jetzt hier die Summe der Chirurgie, diese 14.000 Arbeitsstunden. Und die tauchen jetzt hier als Detail wieder auf, aber ich sehe eben im Vergleich jetzt auch wieder die anderen Fachabteilungen. Und das ist das, was man eben dann auch als Verdichten auf Deutsch bezeichnen würde oder eben als Roll Up setzen zu können, brauchen wir natürlich auch bestimmte Datenstrukturen, die jetzt gerade für den Drill-Through eben auch die Möglichkeit bieten, verschiedene Fakten miteinander zu verbinden. Und das, was wir jetzt hier auf der Folie sehen, das sind eben zwei Star-Schemas. Also beispielsweise hätte ich jetzt hier auf der linken Seite ein Star-Schemer für Diagnosen, die zu den Patienten dokumentiert worden sind. Und dort sind natürlich im Star-Schemer neben der zentralen Faktentabelle eben auch immer mindestens eine oder auch mehrere Dimensionstabellen eben dran. Typischerweise eben jetzt hier der Diagnosenkatalog mit seiner eigenen Hierarchie aus den ICD-Vorgaben, die wir eben vom DIMD haben. Vielleicht noch einen spezifischen Flag, das eben kennzeichnet, ob eine Diagnose eine Hauptdiagnose ist oder nicht. Und dann eben typischen Dimensionen, die ich eigentlich ganz häufig finde, eben eine Anbindung an die Organisationshierarchie, wo jetzt beispielsweise eine bestimmte Diagnose dokumentiert worden ist. Oder auch die Zeitdimension, die mir eben beispielsweise sagt, an welchem Tag, Monat oder auch Jahr eben eine Diagnose dokumentiert worden ist. Damit alleine kann ich ja jetzt schon Auswertungen machen, die ziemlich differenziert sind. Also beispielsweise die Entwicklung bestimmter Diagnosen über die Zeit, über die Verteilung, über die verschiedenen Fachabteilungen im Haus oder auch eben wie sich bestimmte Diagnosen über die Kapitel des ICD verteilen oder auch welche Haupt- und Nebendiagnosen es gibt. Richtig spannend wird es aber in dem Moment, wo ich jetzt dieses zweite Starschema auf der rechten Seite dazunehme. Da habe ich ja jetzt Prozeduren dokumentiert, die zu den Patienten eben erfasst worden sind. Da gibt es Kataloge oder Dimensionen, die halt spezifisch sind dafür. Eben jetzt beispielsweise einen OPS-Prozedurenkatalog mit seiner eigenen Hierarchie, die wir vom DIMD bekommen. Oder auch einen Hauptprozeduren-Flag, das vielleicht sagt, welche der Leistungen oder Prozeduren, die dort dokumentiert worden sind, eben ausschlaggebend für den Behandlungsfall waren. Aber dann gibt es in der Mitte tatsächlich eben Dimensionen, die von beiden Starschemas verwendet werden. Eben ganz typisch die Organisations- oder Kostenstellen-Hierarchie oder auch eine Zeitdimension. Darüber kann ich jetzt tatsächlich eine Verbindung zwischen beiden Fakten-Tabellen herstellen. Man nennt die deswegen auch Conforming Dimensions, also Dimensionen, die eben zwischen beiden Starschemas übereinstimmend sind und eben Joins dazwischen zulassen. Und damit kann ich jetzt tatsächlich dann auch Diagnosen- und Prozedurenfakten gleichzeitig verarbeiten, also beispielsweise sagen, für welche beispielsweise Operationen, die durchgeführt worden sind, sind denn typischerweise welche Hauptdiagnosen erfasst worden. Das nennt man dann auch Multi-Fact-Queries, also Abfragen, bei denen eben Fakten mehrerer Starschemas miteinander verwendet werden. Bei solchen Multi-Fact-Queries muss man dann natürlich auch besonders auf die Kardinalitäten achten. Also da ist auch wieder ein hohes Potenzial, dass es auch zu Fehlern kommen kann, wenn ich die Kardinalitäten in den Berichten eben nicht richtig wiedergebe, sodass das ein Thema ist, das sowohl bei der Modellierung als auch später bei der Berichterstellung halt immer ein besonderes Augenmerk und ein entsprechendes Debugging auch braucht.